Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. In einer der letzten Folgen habe ich euch erklärt, warum es bei hormonellen Schwankungen oftmals zu Problemen kommt, was Wassereinlagerung angeht, was Umverteilung des Fettdepots angeht und was schwindende Muskulatur angeht. Schaut es euch gerne nochmal an, wo genau das Problem ist. Es betrifft natürlich die Zeit des Klimakteriums, also des Wechsels, des hormonellen Umschwungs. Es kann aber genauso gut in Pubertät, Schwangerschaft, Stillzeit oder auch im physiologischen Zyklus phasenweise auftreten. Grund sind hier hormonelle Schwankungen und vor allen Dingen muss man da drei Hormone im Prinzip beleuchten. Das ist das Östrogen, das Progesteron und das Testosteron und zwar auch in deren Konstellationen. Unabhängig von anderen Vorerkrankungen, Begleiterkrankungen kann es natürlich auch zu Wassereinlagerungen etc. kommen. Ich möchte mich heute aber wirklich auf die hormonellen Ursachen stürzen. Und wichtig ist auch, und das kann man vielleicht auch als Disclaimer sagen, es geht hier nicht darum, krankhaft, wahnhaft abnehmen zu wollen, sondern es geht darum, das Normalgewicht wieder zu erlangen, was vielen Frauen gerade auch in den Wechseljahren abhandengekommen ist. Vielleicht auch aus subjektiven Gründen der jeweiligen Person, aber vor allen Dingen auch um Begleiterkrankungen, die eben auch mit einem Übergewicht einhergehen. Allen voran die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den europäischen Gefilden und auch in den amerikanischen Gefilden, die Haupttodesursache, aber auch Krebserkrankungen wie das Mama-Karzinom, das Endometrium-Karzinom, gehen einher mit Übergewicht. Und dem quasi vorzubeugen, möchte ich euch hier ein paar Hinweise geben, wie ihr vielleicht diese hormonellen Schwankungen wieder umgehen könnt, um diese Veränderungen wieder rückgängig zu machen. Viel Spaß dabei! Stürzen möchte ich mich zuerst auf das Hormon Testosteron, was wahnsinnig wichtig ist, nicht nur für die Männer, wie viele immer denken, sondern eben auch für die Frauen. Und Testosteron nimmt physiologischerweise natürlich in dem Klimakterium ab. Übrigens auch bei Männern, weshalb Männer auch Wechseljahresbeschwerden haben, wissen die wenigsten. Testosteron ist aber maßgeblich da beteiligt, Kraft und Muskulatur aufzubauen und aufrecht zu halten. Schwindet Testosteron, schwindet auch die Muskulatur. Die Muskulatur ist aber etwas, was natürlich wahnsinnig viele Kalorien auch verbrennt. Habe ich weniger kalorienverbrennende Muskulatur, ernähre mich aber seit Jahrzehnten eigentlich identisch, habe ich, anstatt dass meine Kalorien einigermaßen gedeckt sind, auf einmal einen Kalorienüberschuss, weil eben ein verbrennender Faktor wegfällt. Und ein Kalorienüberschuss, das wissen wir ja alle, führt eben auch dazu, dass Fettdepots eingelagert werden. An der Leber, an der Muskulatur, aber eben auch an unseren Darm zum Beispiel und dem Unterhautfett. Die Muskulatur also gezielt wieder aufbauen, ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Wenn ich einen Muskulaturverlust habe, der hormonell bedingt ist, muss ich dem Ganzen auch wieder irgendwo entgegenwirken. Gezieltes Muskeltraining, damit meine ich jetzt nicht Arnold Schwarzenegger-Format, sondern wirklich einfaches, gezieltes Training. Bauchmuskulatur, Schultern, Po, Beine, auch gerade bei der körperlichen Aktivität, vielleicht gehst du gerne wandern oder auch joggen oder was weiß ich, auf dem Fahrrad. Baust du ja auch schon Muskulatur auf, bewegst dich gleichzeitig, hast eine Anregung des Herz-Kreislauf-Systems, ist also auch eine Win-Win-Situation. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, diesem Testosteronmangel entgegenwirken, indem man gezielt seine Muskeln fördert und fordert. Auf der anderen Seite ist dieser Testosteronmangel das, was ganz, ganz zum Schluss zustande kommt. Wir haben also erstmal das Progesteron, was absackt, dann das Östrogen, was absackt. Testosteron bleibt relativ gesehen, das ist immer wichtig bei den Wechseljahren zu beleuchten, relativ gesehen zu hoch. Wir haben jetzt also relativ gesehen viel Testosteron und wenig Östrogenprogesteron. Das führt auch dazu, dass Frauen eine Umverteilung ihres Fettgewebes bekommen. Was vorher vielleicht auf Hüften, Po etc. war, wandert jetzt so ein bisschen den klassischen Männerbierbau, also so ein bisschen nach vorne zum Bauch. Und dann haben wir ja das, was wir am Anfang stehen haben, den relativen Progesteronmangel zur relativen Östrogendominanz. Gerade so Anfang der 40er geht es damit los, dass das Progesteron langsam und allmählich weiter abfällt. Es kommt zu weniger Eisprüngen. Der Eisprung ist aber essentiell dafür, dass der Gelbkörper produziert wird und das Gelbkörper Hormon macht. Und das relativ zu hohe Östrogen führt zum relativ gesehen zu geringen Progesteron, zu Wassereinlagerung. Also Wasser, was aus den Gefäßen ins Gewebe sprießt. Hier ist es jetzt also wichtig, das Wasser irgendwie doch aus dem Gewebe zu bekommen oder wichtiger, es gar nicht erst reinkommen zu lassen. Und auch hier spielt die Ernährung, zu der komme ich gleich noch, eine wichtige Rolle, damit wir eben nicht diese große Diskrepanz haben zwischen diesem Östrogen und dem Progesteron, sondern dass das ein bisschen ausgeglichener ist. Denn je höher die Spanne, desto mehr Diskrepanz ist da und ja, desto verschobener sind die Verhältnisse und desto mehr Wasser kann ins Gewebe fließen. Und hier kommt dann langsam die Ernährung ins Spiel. Denn, ich habe das auch schon erwähnt, man kann mit Ernährung wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig viel dagegen steuern. Schlagwort ist mit Sicherheit die Phytoöstrogene. Das sind aromatische Stoffe, die den körpereigenen Hormonen der Frau ähnlich sind, teilweise östrogene Wirkungen haben, aber teilweise auch antiöstrogene Wirkungen haben. Auch ein Grund, warum zum Beispiel in der asiatischen Bevölkerung die Wechseljahresbeschwerden viel geringer sind als bei uns hier in der westlichen Region, weil die einfach wahnsinnig viel pflanzliche Phytoöstrogene zu sich führen. Wo zum Beispiel sehr viel Phytoöstrogen drin ist, ist Soja, Tofu, Tempeh, Leinsamen, Rotklee. Das sind alles Produkte, die wahnsinnig viele Phytoöstrogene enthalten können und die jetzt vermehrt auf deinen Teller wandern sollten, schon bevor du quasi in diese Wechseljahresregion kommst. Also Mitte, Ende 30, wenn nicht schon geschehen, auch gerne früher, könnte man darüber nachdenken, diese Ernährungsweise ein Stück weit umzustellen. Eiweißreich essen ist auch noch so ein Tipp. Der Eiweißverlust, der ja schon stattfindet durch den Muskelabbau, der muss natürlich ausgeglichen werden. Ihr könnt euch Eiweiß vorstellen als Wasserbinder. Und wenn der Wasserbinder in den Blutgefäßen fehlt, dann strömt das Wasser gehäuft auch entgegen des Gefälles in dieses Gewebe ein. Also wieder eiweißreicher Essen. Auch hier ist natürlich mit Soja, Tofu etc. eine wahnsinnig hohe Eiweißquelle da, sodass man zwei Fliegen im Prinzip mit einer Klappe schlagen kann. Salz am Essen. Ja, das ist schwierig. Mit Salz schmeckt alles besser und ohne Salz schmeckt irgendwie alles fad. Gerade wenn wir über Tofu und Soja sprechen, gehört eigentlich immer ganz gut gewürzt. Aber vielleicht ist das genau der Punkt. Eher mit Gewürzen arbeiten als mit Salz. Salz hat einfach den Nachteil, dass es den Wassereinlagerungen quasi zuspielt. Die Wassereinlagerungen aktiv zu bekämpfen quasi, indem man sehr kaliumreich zum Beispiel isst mit Datteln, Bananen etc. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Kalte Güsse, Brennnesseltees. Da gibt es diverse Hausmittelchen, um auch Wassereinlagerungen wieder auszuschwemmen. Gar keine Frage. Ich finde es aber viel sinnhafter, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, also diese Wassereinlagerungen quasi zu minimieren, indem man die Tipps wahrnimmt, die ich jetzt schon erzählt habe, mit ein bisschen körperlicher Aktivität, 150 bis 300 Minuten pro Woche. Dabei macht man natürlich automatisch Krafttraining, kannst du aber auch eine gesonderte 15 bis 20 Minuten Session dir in einer Woche mal einbauen. Salzarm, eiweißreich ernähren und das vor allen Dingen auf pflanzlicher Basis. Und wenn da natürlich Phytoöstrogene mit drin sind, ist das umso besser. Und wenn du das Ganze dann noch kombinierst, indem du deine Ernährung Stück für Stück umstellst, du sagst, okay tierische Produkte, ich schraube es ein bisschen runter. Ich versuche 250 Gramm bis 300 Gramm am Tag Gemüse zu essen. Ich versuche ein bis dreimal eine eigene faustgroße Portion Obst am Tag zu essen. Und ich versuche einfach zu Vollkornprodukten zu greifen, wo auch immer es geht. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, je weniger Zutaten hinten auf so einer Packung draufstehen, desto gesünder ist es für deinen Darm und vor allen Dingen auch für deinen gesamten Körper. Und ich hoffe, die paar Tipps konnten dir helfen, dass du ein bisschen darüber nachdenkst, ob du vielleicht noch was optimieren kannst, um eben solchen hormonbedingten Widrigkeiten ein bisschen entgegenzuwirken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.